Herr Doktor, sehen Sie die Versuche, die ich auf der Säulezellenprojekte geführt habe? Wir haben ein Rekordhoch von 30% Wirkungsgrad in einem Millionfach der Umsatzsteigerung Frequenz empfangen. Oh, das ist toll. Ich denke, es ist an der Zeit zu arbeiten, Modell zu bekommen und gelten für ein Patent. Ich werde für Wendt für Vermitteltmittel intragen. Beginnen wir eine Firma. Mein Führer, das waren im Verhängenden ja die Experimente. Dies Modelle noch unter Stickstoffatmosphäre. Sie versagen außerhalb der Handschuhfax. All diejenigen, die vor schon sehend, die für die echte fucking Welt verlassen können. Scheiße! Scheiße! Vollig nutzlos! Scheiße! Nein, nein, nein! Vollig werblos! Verdammt Dummkopf! Fünf Jahre Gradschool dafür? Vor fünf Jahren war Charlie Sheen immer noch sehr beliebt! Seine 3% Wachlichkeit außerhalb der Handschuhfax. Damit kann ich nicht Macht ein Gerät selbst rasieren mein Bart! Aber du sehst mit dem Bart gut. Das ist nicht der verdammte Punkt! Was nützt ein 3% Sober Cell, sofern sie nicht ein Verdammtpapier im Nanolettus bekommen? Mein Führer, können Sie die Machtstachsendrösch haben? Ein Millionen Dollar von NSF und DOE? Finanzierung über fünf Jahre an die Macht ein Verdammtrechner? Sie arbeiten sogar weniger als verdammte Bi-Kämiker! Wo hast du all ihre genialen Ideen? Am Brito LKW? Sie sagen, sie im Labor spät zur Arbeit! Aber das ist, wenn sie post mim fucking auf Facebook! Und dann Party, das ganz Wochende! Und ich weiß nicht, einmal ficken Eigenleiden! Bekommen! Der Bouncer im Patio weiß mehr Chemie als sie! Ich glaube, ich kann es nicht geben, sie ihre PhD! Sie müssen für einen Meister zu bereichen! Ich verschwende so viel Geld auf sie! Ich glaube, alle anderen Schüler ab und zu Beginn teilen wieder! Ich hätte wissen müssen, du wärst eine schlechte Nachricht! Wenn sie das 13 Autor auf alle ihr Untergrundpublikationen werden zu haben! Ich weiß nicht, warum wir haben sogar Anschlusskasten! Und werden es im Moment herstellen, thematmen!